Feine Details in einer Sprache können der Ausgangspunkt für interessante Reisen durch ihre Geschichte sein. Wieso sagt man zum Beispiel schneiden, aber geschnitten? Spüren wir dem ein wenig nach. Deutsch ist eine westgermanische Sprache. Somit ist sie anderen westgermanischen Sprachen, wie Niederländisch und Englisch, sehr ähnlich. Der Grund für diese Ähnlichkeit ist, dass alle vor ca. 1500 Jahren noch Dialekte eines gemeinsamen Vorläufers waren. Heute haben sie sich auseinanderentwickelt, weswegen man auch deutlich Unterschiede erkennen kann. So steht dem Niederländischen Slapen und dem Englischen Sleep das deutsche Schlafen gegenüber, sowie dem Niederländischen Scherp und dem Englischen Sharp das deutsche Scharf. Der Laut P hat sich bei der Entwicklung des Deutschen zu F geändert, in seinen nahen Verwandten aber nicht. Um dieselbe Zeit verschoben sich auch eine Menge andere Laute. T wurde zu T, TH, das es früher noch im Deutschen gab, zu D und so weiter. Diese Lautverschiebung war ein wichtiger Teil der Abgrenzung des Deutschen von seinen Geschwistern. Deswegen nennt man sie die Hochdeutsche Lautverschiebung. Deutsch ist aber nicht nur eine westgermanische Sprache. Es zählt zusammen mit einem Haufen anderer Sprachen, wie Schwedisch, Isländisch und dem mittlerweile ausgestorbenen Gotisch, zu der größeren germanischen Sprachfamilie. Auch diese stammen alle von einem gemeinsamen Vorfahren ab, dem Urgermanischen. Urgermanisch war aber selber wiederum verwandt mit Latein, Griechisch, den meisten anderen Sprachen Europas und mit Sanskrit, dem Latein Indiens. Zusammen sind sie Teil der noch größeren Familie der indogermanischen Sprachen. Und genau wie sich das Hochdeutsch durch die hochdeutsche Lautverschiebung von den anderen westgermanischen Sprachen entfernte, hatte sich das Urgermanische durch die germanische Lautverschiebung von seinem Vorläufer abgespalten. Früher in der Entstehung des Urgermanischen wurde eine ganze Reihe von Lauten zu anderen Lauten. Weil dadurch Verwirrung hätte entstehen können, verschoben sich diese gleichzeitig zu noch anderen Lauten, die im Dominoeffekt noch weiter verschoben wurden. Diese letzten Laute existierten ursprünglich nicht in der Sprache, sodass keine Verwechslung mehr möglich war. Am Anfang gab es also diese Laute und am Ende diese. Jede Reihe war zur nächsten verschoben worden. Genau wie die hochdeutsche Lautverschiebung Unterschiede wie sharp, sharp erklärt, so erklärt auch die germanische Lautverschiebung bestimmte Unterschiede zwischen den germanischen Sprachen und den anderen indogermanischen Sprachen. So steht der deutsche Neffe dem Lateinischen Nepos gegenüber. Wo im Latein ein P steht, steht im Deutschen ein F, weil das indogermanische P in den germanischen Sprachen zu einem F wurde, im Lateinischen aber nicht. Latein hatte auch seine eigenen, kleineren Lautverschiebung. So wurde in ihm das indogermanische B am Anfang von Wörtern zu F. Das erklärt diesen Unterschied zwischen dem deutschen Bruder und dem lateinischen Frater. Dass im Deutschen ein D steht, wo im Lateinischen ein T steht, liegt hingegen wieder an der germanischen und hochdeutschen Lautverschiebung. Das indogermanische T wurde in den germanischen Sprachen zu TH und im Deutschen später zu D. Das ist alles schön und ordentlich und man kann sich damit beschäftigen, weitere solche Übereinstimmungen zu finden. Wie Schottisch-Gelisch Treas und Deutsch Drei oder Griechisch Kardia und Deutsch Herz. Aber dann trifft man auf Latein Pater, Deutsch Vater. Und da stimmt doch irgendwas nicht. Das P mit F übereinstimmt ist klar, aber zu T gehörte doch immer D im Deutschen, nicht? Wie in Vater und Bruder? Irgendwas ist faul. Der Däne Karl Werner fand 1875 die Lösung für dieses Problem, die nach ihm das fernische Gesetz genannt wird. Es gab einfach nach der germanischen Lautverschiebung noch eine kleinere Lautverschiebung. Sie traf die Laute F, TH, CH und CH, die gerade eben aus P, T, K und Q entstanden waren und machte sie zu diesen Lauten, die wir nicht aussprechen können. Auch wurde das S wie in Wasser zu einem S wie in Vase. Interessant ist aber weniger, welche Änderungen genau passierten, als an welchen Stellen und in welchen Wörtern. Dabei ist der entscheidende Faktor nämlich, wie die ursprünglichen Wörter betont wurden. Im heutigen Deutsch wird fast immer die erste Silbe des Stammwortes betont. Man sagt Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Und halt Bruder und Vater. Im Ur-Indo-Germanischen war die Betonung aber viel wechselhafter. Man sagte zwar Bruder, aber Vater. Das Wörnersche Gesetz griff nur, wenn die vorhergehende Silbe unbetont war. Das T in Vater wurde also beeinflusst, das T in Bruder aber wegen der anderen Betonung nicht. Wenig später entstand die moderne Betonung, die dafür sorgt, dass man heute Bruder und Vater nicht mehr unterschiedlich betont. Was das früher immer so war, können wir aber immer noch sehen. Die altmodische Betonung hinterließ mit dem Wörnerschen Gesetz in der Sprache Spuren, die im Deutschen bis zum heutigen Tage erhalten sind und die man durch die Jahrtausende verfolgen kann. Das Strich G wurde zu einem normalen G, während das H zu H wurde. Strich D wurde zu D, das durch die zweite Lautverschiebung zu T wurde, während die H zu D wurde. Strich B wurde zu B, während F blieb wie es war und S zu S und S zu R wurde. Also obwohl die betroffenen Laute sich später änderten, verschwand dadurch der vom Wörnerschen Gesetz geschaffene Unterschied nicht. In anderen Germanischen Sprachen ist das anders. Im Niederländischen zum Beispiel wurden F und Strich B schon ziemlich früh beide zu W. Etwas später wurden auch die Nachfahren von Strich D und TH beide zu D. Bei den Niederländischen Wörtern für Bruder und Vater, Bruder und Vater, merkt man also keinen Unterschied. Im Deutschen hingegen können wir jetzt die Entstehung des Unterschiedes komplett nachverfolgen. Das Ur-Innergermanische T wurde erst in beiden zu einem TH. Bei Bruder blieb das so und wurde dann bei der hochdeutschen Lautverschiebung zu einem D. Bei Vater griff wegen der ursprünglichen Betonung Vater das Wernersche Gesetz und machte das TH zu einem Strich D, das später zu einem normalen D wurde und letztendlich bei der hochdeutschen Lautverschiebung wieder zu einem T. In der Zwischenzeit hatte man im Ur-Germanischen angefangen, bei allen Wörtern die erste Stammsilbe zu betonen, sodass der Wechsel zwischen D und TH als einziges Indiz für den früheren Betonungsunterschied übrig blieb. Auch in anderen Wortpaaren hat das Wernersche Gesetz Spuren hinterlassen, vor allem in der Verbkondiogation, weil sich durch die ganzen zugefügten Anfangs- und Endsilben leicht die Betonung des Wortes ändern konnte. Ein paar Beispiele sind der Unterschied zwischen ziehen und gezogen oder verlieren und verlust. Und eben unser Ausgangspunkt, schneiden und geschnitten. Auch in heben und hefe sieht man das Wernersche Gesetz. Hefe bedeutete nämlich ursprünglich der Hebende. Früher gab es noch viel mehr solche Paare. Ein Großteil ist heute durch sogenannte Analogiewirkung verschwunden. So hieß frieren früher friesen, was mit gefroren ein deutliches Wernerpaar bildet. Menschen mögen aber Ordnung, sodass man irgendwann den Infinitiv der Konjugation anpasste. Unsere Sprachvorfahren konnten sich aber scheinbar nicht dazu bequem, dieses Ordnung schaffen ordentlich zu machen, sodass in verschiedenen Sprachen verschiedene Wörter und nie alle betroffen sind. Auf Niederländisch sagt man zum Beispiel immer noch friesengefroren. Das heißt genauer genommen friesengefroren. Durch diesen menschlichen Drang nach Ordnung entsteht also paradoxerweise noch mehr Unordnung, nämlich Ausnahmen. Man kann sich über diese vermeintliche Ineffizienz aufregen, aber wir vertreten eine andere Sichtweise. Sprache ist nicht nur ein Kommunikationsinstrument, sondern auch eine Art kollektives Kunstwerk. Ein Gemälde, geformt von all denen, die sie sprechen und gesprochen haben. Hier fügen und fügten sie Farbe zu, dort schaben und schabten sie Teile weg. Einzelne Farbtupfen, die an die Oberfläche ragen, können dabei sehr alt sein. Überbleibsel eines uralten Teils des Bildes, das jetzt von neuen, genauso schönen und komplexen Farbschichten fast vollständig verdeckt wurde. So ist es auch mit dem Wernerschen Gesetz. Kleine Unregelmäßigkeiten, die bis heute bewahrt sind, eröffnen uns, wenn man ein wenig gräbt, Systeme und Kräfte, die vor Jahrtausenden in früheren Stadien unserer Sprache wirkten. Die germanische und hochdeutsche Lautverschiebung, Analogiewirkung, variable Betonung, Laute, die wir heute gar nicht mehr aussprechen können und, natürlich, das Wernersche Gesetz. Musik